Sie müssen nur Raids machen können, Knut. Ich würde sagen, wir haben ein Ziel. Ja. Alter, das Spiel begeistert mich immer mehr. Es gibt fucking Raids. Ey, damit habe ich nicht mehr gerechnet, ey. Nö. Ja, Marias Shop. Nice, da muss ich kurz hin. Ich zerleg kurz ein paar alte Waffen von mir. Rhea, believe me, I like it alone. Drei Skillpunkte, wohin damit? Ein Wasserfilter kommt, den hole ich mir. Ah, das ist ja die echte Maria, die echte Maria Shop. Oh, der Schneidbrenner, um sich durch Zäune zu brennen. Das ist ein geiles Gadget, das hole ich uns. Oh. Das klingt schon mal gut. So, was gibt es denn hier noch so einen coolen Klamotten? Oh, ein Baseball-Cat, die würde ich hören. Marias Laden. Mhm. Maria. Oh, Tattoos. Adler im Sturzflug. Marika, fuck yeah. Welches Level sind wir eigentlich? 26. Okay, es dauert noch eine Weile, bis wir die Raids machen können. Mhm. Dann macht er nix. Sind Sie bereit für die Tour durch Arrow One? Klar, ich will auch in den Souvenir-Shop. Sicher doch. Ich glaube, ich gebe viel zu viel Geld hier für Tattoos und so eine Scheiße. Nee. Peng, peng. Was waren das für Assi-Kinder? Kommen wir hin, machen sie mir peng, peng mit der Fingerpistole und rennen wieder weg. Der Flackenstättsbank war ja gar nicht. Ich würde lieber für sie noch peng, peng machen. Blumen und Bienen-Nomad. Drei Generationen leben auf der Insel. Ich will ehrlich sein. Es gefällt mir nicht, dass Soldaten nicht hier sind. Das ist riskant für die Kinder. Aber mein Mann blutet rot, weiß und blau. Wir würden sie niemals abweisen. Ich kann Ihnen mit Ausrüstung und Nachschub helfen. Sie und Ihre Leute können da ihr Lager aufschlagen. Wenn es Ihnen in den Fingern juckt, reden Sie mal mit zahlen Grau. Er hat früher auch in der Arbeit gedient. Er sucht mit Vorliebe die Insel nach diesen Elite-Soldaten ab. Sie nennen sich Wolves. Rowan fängt gern Streit mit denen an. Drüben in der Einsatzzentrale arbeiten wir an der Logistik. Für gewöhnlich finden Sie Mads dort. Dann gibt es noch diese Skeletech-Ingenieurin Jericho. Sie sorgt sich wegen was Großem auf einer der anderen Inseln. Aber zu dem Picknick sollten Sie ein paar Freunde mitnehmen. Also wie gesagt, wir werden Sie sicher nicht abweisen. Aber tun Sie besser nichts, dass unsere Gemeinschaft... Warum ist die Tussis so pissig? Weil ich ein Soldat... Und die ist auf einer Militärinsel mit ihren Kindern. Und macht einen Bürgerkrieg und heult rum, weil jetzt ein US-Soldat kommt, um Ihnen zu helfen. Hoffentlich reicht das. Macht doch keinen Unterschied, ob ich da bin oder nicht. Du bist trotzdem auf einer fucking Militärinsel, Bitch. Man kann die Farben ändern. Wie kann ich denn hier am besten meine Waffen anpassen? Mal überlegen. Sie wollen wahrscheinlich ein neues Zielfernrohr? Ein paar Waffenaufsätze? Geil. Größere Magazine? Vielleicht sogar einen neuen Schalldämpfer? Hm. Sie kennen sich aus. Wir sind schließlich nicht hier rausgekommen, um zu sterben. Würden Sie mir was verkaufen? Schauen Sie sich ruhig um. Ich bin immer angeschäftsinteressiert. Wenn Sie etwas brauchen, das ich nicht habe, rate ich Ihnen, in jeder Militärkiste zu wühlen, über die Sie stolpern. Kleiner Tipp. Je mehr Sentinel-Soldaten Sie bewachen, desto wertvoller... Vorher habe ich mich noch angeschnauzt, weil ich ein Soldat bin, die Kinder gefährde und jetzt zu angeben, ha, ich kenne mich ja aus. M4, MP7, Aufsätze, Unterschnitten, Granatwerfer, ich habe alles. Ja, alles klar. So, was verkauft Sie? Schauen Sie mal ordentlich aus. Sag mal, haben wir nicht in der MP7-Fahr geschalten? Ja, die muss man als Dingensens Skin holen. Waffe nach Bedarf. 800, na gut, gekauft. Ich habe sie. Bäh. Macht jetzt wirklich mehr Schaden, meine jetzige? Ach komm. Kaufen wir sie einfach mal. Warum ist das alles immer so fucking teuer, ey? Ach nee, die MP7 ist schon eine richtige Waffe. Hm, okay. Okay, die ist sogar besser als meine... Okay, habe ich die unnötig gekauft? Egal. Alter, was für geile Gasmasken es noch gibt, Junge. Mit Ghostcoins kaufen. Jeder kommt hier auf seine Kosten, sagst du? Die Tachanka-Maske gibt's auch. Spielen Sie Rainbow Stick Siege. Ubisoft Club. Boah, warum muss ich das mit diesen Coins holen? Achso, Alter, habe ich mich gerade erschreckt. Ich dachte gerade, mein Handy hätte gesagt, morgen 31 Grad. Und ich so, was? Und dann so 13. Aber du kannst bei dir auch Waffenteile verkaufen. Oh. Okay, muss mal gucken, Kno. Es gibt Luxusgegenstände. Mit denen kannst du Geld verdienen, zu verkaufen. Ist auch nur zum Verkauf da. Ah. Far Cry 5. Wo holst du dir gerade die ganzen Belohnungen ab? Die würde ich auch holen. Ähm. Gute Frage. Konnte ich mir einfach hier so. Lest dir ja gerade vor, wo siehst du die? Wenn du hier Shift-F2-Club-Belohnungen, da konnte ich mir gerade drei Sachen abholen. Hier, diese Tachanka-Maske. Achso, ja, das habe ich auch gemacht, aber ich finde die halt nirgends so ingame. Das kann ich jetzt unter Masken ausrüsten. Also kann ich jetzt nicht, aber... Kann man das halt eben. Aber die würde ich eh nicht haben. Die Mac. Die Gastmaske, wie kriege ich die? Mit Ghost-Coins. Was sind Ghost-Coins? Das ist wahrscheinlich die... Die Real-Life... Also das Real-Life-Geld-Dings. Okay. Sanitäter wäre cool, aber die Explorer-Button wäre noch besser. Okay, Rodney, jetzt sehe ich richtig cool aus. Ja, warte, ich tue mich auch noch customer. Ich sehe gerade, es gibt auch ein richtiges Aussehen-Ding, ohne halt die Rüstung irgendwie zu ändern. Das ist ja mega cool. Gibt es ja auch irgendwie einen Tank-Top oder so? Ja! Oh, geil, es gibt sogar einen passenden Schal und alles. Rang 10 der Kampfbelohnung. Da ist die Tachanka-Maske. Ja, ja. Weil ich bin so freigeschalten, hä? Egal. Armutsch. Oh, Mann. Was denn? Ich hätte ganz gerne das Tank-Top, wo hier steht, man braucht Rang 10 der Kampfbelohnungen. What the fuck? So ein scheiß Tank-Top. Ne. Nur für harte Kerle. Indy-Jones-Shirt. Indy. Ah, jetzt verstehe ich das. I once was lost, but now I'm found. Ah, okay, so kann man halt den Skin also immer übertragen. Verstehe, verstehe. Ah, ja. Komme ich denn in den Shop? Das. Ah. Ich habe... Null Ghost-Cons. Nice. Waffen-Blob-Pause. Nee, nee. Ich will nur eine Gasmaske haben. Ja, auch keine Tattoos. Keine Gesten. Keine Waffen. Nope. Ich will nur... Ausbilder-Wut. Oh, nein. Was es hier für coole Sachen gibt. Gibt es hier so einen Sheriff-Wut? Okay, ja. Der Rucksack ist, ähm... Ich glaube, ich lasse mal den Standard-Rucksack, weil der andere ist mir zu dick und zu groß. Wow. Die Maske kostet... Oh, fucking 50 Euro, ey. Man kann die echt nur für Ghost-Coins kaufen? Welche denn? Die Gasmaske Avon M50. Warte, wo siehst du die? Im Shop. Die kann man aber nur im Shop kaufen. Ja gut, ja, dann ist echt Geld Shop, ne? Weißt, was du da im Shop siehst, ist nur echt Geld. Es gibt nur eine Gasmaske und die kostet fucking Geld. Na dann, bleibt dir nur eins übrig. Äh, ja. Keine spielen. Die Gasmaske Avon. Oh, Mann. 480, wir wissen das überhaupt. 5 Euro. Hä, wo kann man die überhaupt kaufen? Erstmal ernsthaft, wo kannst du überhaupt Echtgeld-Währung kaufen? Wenn man drauf drückt, hier Coins erhalten, dann fragt er dich. Gehst du oben halt auf Shop und sagst so, oben Ghost-Coins erhalten und dann zeigt er dir an, wie teuer das ist. Ui, ui, ui. Als Dankeschön für den ersten Kauf erhalten Sie eine Augenklappe. Nicht nur, dass wir Ihnen Ihr Geld wegnehmen, wir nehmen ja auch noch ein Auge weg für den Kauf. Schau, meine Damen und Herren, hier sehen Sie auch nochmal gleich den Echtgeld-Shop des Spiels und das in voller Länge. Okay, Leute, hier, komm, zieh dir rein, wie ich jetzt aussehe, oder? Okay. Ich habe mir auch ein bisschen jetzt geändert, aber nur ein bisschen. Nice, Bruder. Ein wichtiger Tactical-Typ, ey. Ja, ich habe leider wieder diesen dummen Helm auf, aber lass es mal. Ich bin halt dafür der richtige Einsatztyp. Ich habe mir jetzt ein schwarzes Helm gekauft und einen Sticker auf den Rucksack gepackt. Ja. Und du hast gar keinen Rucksack mehr, sehe ich. Ja. Ich merke mich so, ich bin richtiger Medic im Einsatz mit einem Rucksack, der das ganze Zeug trägt, einen Helm auf hat und du der Special-Obs-Typ in schwarz ohne Rucksack, nur Waffen auf dem Rücken. Aber ich muss kurz, guck dir meine Brille an, na, kennst du, was das für eine Brille ist? Ist das eine Tauchermaske? Ja. Geil. Warte, ich brauche so eine Swaggy-Brille, warte. Da vorne ist auch noch eine Mission anzunehmen und zuerst gehen. Warte, Junge. Jetzt bin ich Mr. Swaggy, Alter. Mr. Swaggy. Ah, lol, der Sticker ist sogar auf meinem Helm hinten rechts. Ja. Irgendwann habe ich eine America aufkleber. America. Man, ich finde das so cool, dass bei mir halt alles schwarz ist, außer diese Tactic West, die ist halt so blau, weil ich so Marine bin. Marine. So, dann essen wir mal wieder ein bisschen was für Fleisch. Jetzt spielt sie so schwul Gitarre, ne? Hm? Ich spiele dann echt nicht gut, ne? Ich fresse die jetzt halt, um. Mach zu spiel, ich schieße dich. Pfff. Ja, nur gesoffen wird hier auch, ey. Die so, jo, uns geht so schlecht. Fressen hier, was ist das hier? Pizza oder was ist das hier, Alter? Ja. Hm? Was ist das? Fressst ihr hier geile Scheiße? Von edlen, äh, Versage-Teller? Versage-Teller. Versage. Oh ne, next mission. Moment, ich will da oben noch ein bisschen noch annehmen. Mission, mission, schwenken, mission. insecure. Ho, 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 ho.